Okay, die Komponatoren sind doch etwas lauter jetzt, aber ich denke, damit kann ich abfinden. So, ab! So, also falls ich denn halt nicht mehr weiß, was ich labern soll, dann höre ich einfach den zu und ihr könnt den ja auch zuhören. Den coolen Komponatoren hier. Ähm, wenigstens kommentieren die auch, ähm, zum Story-Modus was. Und nicht einfach bloß das Standard-Geplappere. Yeah. Du sagst es, Cole. Ähm. Nochmal, äh. Nochmal. So. Ein Submission. Snapmare! Ne, Cole? Roadbreak! Interesting. Ich will... Hä? Wie soll ich das denn sonst machen? Ich verstehe das mit dem Laufen noch nicht so ganz. Da hab ich auch bei W13 nicht verstanden, wie das funktioniert. Weil wenn ich in die Seile laufe, muss ich denn in die andere Richtung auch wieder drücken, oder was? Ja, anscheinend schon. Das ist aber ganz schön behindert. Was war das denn? Bischof ist anscheinend... Hat sich anscheinend was gezerrt. Was? Eine Lariat! Und noch eine Lariat! Und was für eine? Oder was für zwei? So, komm her Barrett! Barrett! Danke! Was wird jetzt? Ein... Punch to the gut! So... Wo, Nelson? A.k.a. Master Lock! Okay! Oh, 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 oh! Hehehehe! Hehehehe! Hoch mit dir! Ich hab einen Viewer! Hey! Herzlich willkommen! Hehehe! So! I think it's Superplex time! Superplex! Jawoll! Und... Diving Elbow! Sitz sogar! Super! Nein, nein, nein! Da komm her! Fick dich! Du gehst nicht, du Swagger! Och, man! Och, man! Och, man! Oh, jetzt hab ich Flut aus dem Ring gemacht! Das ist nicht gut! Bam! Komm, die Kirche konnte halt! Die Kirche... Okay, er macht nichts, also kann er auch nichts konten! Jetzt aber! Hehehehe! So! Oh, haha! High up into the air! So! Rebound Brepple! Manhattan Drop! Rebound... Strike! Oh! Es wär ein Big Boot geworden, wär alles gut gegangen! Wieder Manhattan Drop! So! Ab! ZACK! Ich hab mir das vorgestellt! Ich hab mir das vorgestellt! Und wir haben... Eine Signature Move! Ey! Komm zurück! Und wieder! Macht er denn da? One! Wieso, wieder herkommen! Wind of change! ZACK! Wind of change! Hmmmmmmmmmmmmmm... Mal gucken. Whip in. Ah, Take-Two Bike Show. Chokeslam. Oh, oh. Double Chokeslam. Chokeslam meine ich. 1-A. Oh. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Din, 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 din. No fear, no doubt. Happy Thanksgiving, everybody. And welcome to Monday Night Raw. Can you believe it, King? We are just in here six days for Survivor Series. Hey. Survivor Series has been out for over 20 years. And it's given us so many great moments. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Jahrzehnte Survivor-Serie vielleicht das beste von ihnen alle sein wird. Wir haben hier viele große Momenten. Wir haben heute Abend viele große Momenten. Zum Beispiel, in der Main Event heute wird es Triple H und John Cena zusammengekommen, um den Undertaker und Randy Orton zu nehmen. Aber zu Beginn, es wird Jack Swagger und der unkomparable R-Truth. Hier geht es mal weiter. Öffnen. Ich kriege einen Backstage-Brawl. Muss ich jetzt den guten William Riegel folgen? Garage. Garage. Ich glaube, ich lag richtig mit dem Backstage-Brawl. Mal gucken. So. Und bin schon mal gespannt. Du. Du. Und dann sagte er, hey, bin ich jetzt noch mal. Als wir zu Beginn hatten, möchte ich euch wissen, dass es euch viel mehr zu helfen wird, als es uns geht. Oh, 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 oh. Was ist unsere Aufgabe? Wieder so einen coolen Finisher machen, wo er stirbt? Man weiß ihn nicht so genau. Der wird 12. Ich fühle mich an den Finisher in der Tiefkreibe aus. Also, ist egal wo. Belly to Belly. ha 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 komm her I don't think so fuck you komm, machen wir DDT ah nee, doch nicht das geht auch oh oh oh, einfach mal die Beine weggezogen wir sind aber auch fies ach, wir können schon Finisher ansetzen wie man es Finisher nennen kann Tiefgarage Finisher zack oh 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 what a job oh, ein armer Auto hmm hmm kann ja nicht wahr sein und jetzt Führer und Wigschuhl einen Finisher in der Tiefgarage aus fick dich n-nothing bam bam du 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 das ist was ich spreche bau 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 oh ah Konda der hey, Zero viewers da wollte er mit seinem Dickschill einfach mal gegen unseren Körperprellen ach, it's time it's time for another good idea, bad idea zack ach, das war halt noch nicht, das war halt jetzt es time for another good idea, bad idea tja, Big Show the end is coming the end is coming aah 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 dallas texas dallas jack one two oh yeah six man elimination tag match that's what i'm talking about na 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 ah, ich mag die Musik wusste ja, dass die Musik eigentlich von Ricardo ist also die wurde damals für Ricardo im FCW benutzt Und Riccardo ja eigentlich nur in der WWE ist, weil, äh, wie war denn das? Ich hab mal im Interview von denen gelesen. Weil, die, halt, weil der originale, ähm, Ringsprecher nicht, irgendwie nicht konnte und war er irgendwie da, hatte irgendwie einen Tryout oder so. Ach, keine Ahnung. So, okay. Erstmal genug davon. William Regal ist am, äh, Kommandatorenpult. Und meine Aufgabe ist, Del Rio und Swaggers zu schwächen, oder was? Oder was stand da jetzt? Schwäche, Jack Swagger und Alberto Rio besiege den letzten Gegner im Ring. Okay. Zack. Also einfach ein bisschen draufhauen und warten bis er tagt und also einfach die ganze Zeit draufhauen. So. Mom. Power slam! Ich kann wieder nicht taggen, oder wat? Ne. Oder? Mal gucken. Macht er wat? Das ist so hart, um Drew McIntyre runterhauen. So. Ne. Kann ich wieder nicht. Wunderbar. Die dürfen taggen, nur ich wieder nicht. Das ist so unfair. Okay. Bam. Zack. Mistel Dropkick. Und wat für einer. Okay. Äh, nach oben mach ich mal. Ah. Das ist doch eigentlich ein Move von Del Rio. Das ist doch eigentlich ein Move von Del Rio. Fick dich. Well to belly. Wieso poppen die denn? Also. Das war falsche Umschreibung. Warum feuern die ihn ja an? Weil ein Pop ist ja... Äh, eine gute Zuschauerreaktion. Oder einer. Okay. Also, vergesst den Satz. Ah, warum poppen die denn? Zack. Oh, schade. Ich dachte, wir können jetzt ein Signature Move machen. Und. Bam. Ihr habt es gehört. Wir nennen es The United Kingdom. Wie William Regal gerade gesagt hat. Ist ja auch irgendwie klar. Winisher. It's time for the future shock. Dinity. Kann gar nicht pinnen, ne? One. Two. Weiß ja nicht, ob ich das machen darf. Kennen hier die Regeln nicht. Okay. Er tagt jetzt zu Swagger. Oder was? Danke. Und dann mache ich bei Swagger auch noch Finisher. Das müsste ja eigentlich reichen, denn. Aber hier müsste ich dann besiegen anscheinend. Was ist halt... Ich habe schon wieder die gleiche Umschreibung wie beim letzten Mal. Besiege den letzten Gegner im Ring. Nein. Ich will ein Big Boop machen. Hat er den als Signature Move? Ich weiß nicht. Ich wechsle manchmal noch... Ich verwechsel manchmal noch die Movesets von WB 13 und 12. Komm. Swagger Bomb. Oh, das war nichts. Fick. Ah. Der muss ja wieder den Rio Blatt machen. Meinen Weg. Nein. Was macht der denn? So. Raus. Signature Move. Leider nicht. Ich dachte. So. Wake uptown. It's time. It's time. Die Animation von dir besser als ich zweiter. Fühlte Schock. So jetzt aber. Und. One. Two. Three. Okay. Ich war hier Jack Swagger. Also entscheiden muss ich ihn jetzt auch besiegen. Ich weiß es nicht. Nein. German Suplex. So. Ich würde jetzt gerne taggen. Geht überhaupt noch nicht. Was macht der denn da? Lariat. Irgendwann kann man doch die Sprüche hier auswendig. Stimmt die mir da nicht zu. Ist Edge doof. Ja. Aber jetzt scheint mir auch. Swagger der sieht gar nicht mehr durch. Was ist denn nun los? Was ist denn nun los? Taggt er jetzt? Na anscheinend nicht. Also anscheinend nach der Rio hat er aber noch nicht mitbekommen dass dies dann weg ist. Und zack. Das war ich nicht. Zähl ihn aus. Geht doch. Ach steht der Sieger den letzten Dicken im Ring. Aber wir können tauten so lange. Komm. Komm her. Swagger. Swagger. Wenn der bei acht nicht drin ist gehe ich auch noch raus. Ist er doof. Scheiß Finisher. Fick dich. So. Wake up town. Ah toll. Nur weil er jetzt unten in den Seilen lag oder was. Ich weiß nicht was das ist. We know was das ist. Future shock. Bam. Der hier auch nicht mal zu Magie in die Song. Die meinte ich vorhin. Er denkt er hat es. 1 2 3 Jawoll. Denke das soll ich machen. Vielleicht auch nicht. Man weiß nicht. Kaboom. Leid. Denkst nichtин Mädchen. Diesezi ejes. Dermatik. Was he going to participate in Lord Regal? But Big Show showing no hesitation.